Maiathleten, der Sieger aus Classic Ponybuilding 1, Tobias Mann und aus Classic Ponybuilding 2, der Stefan Modera. So, Final Fight von beiden Classic Ponybuilders. Stefan Hahn, beide, beide und Prost! So, Final Fight von beiden Classic Ponybuilding 1. Prost! Drieb. 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 Beine, schnitt auf, Beine, und Brust, Beine, Latifius, los auf die Beine, und Brust, seitliche Brustbrust, Beine, und Brustbrust, seitliche Brustbrust, seitliche Brustbrust, los, aus, nach, los, raus, raus, fliege, aus, los, niedlich, aus, raus, los, au, со Vale, und Brustbrust, Perfekt. Servus! Auf geht's! Jetzt immer mal ja, er ist nicht so gut. Jetzt sind wir bereit zum Großen. Jetzt sind wir bereit zum Großen. Wir sind bereit zum Großen. Ein! Und groß! Entfernt! 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 Das Ergebnis steht bereits fest. Mit 6 zu 3 Kampfrechterstimmen das Gesamtsieger im Classic Body mit Startnummer 126 Stefan Müller. Entfernt! Entfernt! Herzlichen Glückwunsch für den Ball! Die Letzten von den Gesamtsieger bei der 60. Deutschen Meisterschaft Stefan Moderau. Applaus